Willkommen und hallo, zurück zu Let's Play Cities Skylines. Ähm, die Mieten sind so hoch, seh ich gerade. Dann sollte ich... Die vielleicht mal ein bisschen senken. Dafür steigere ich sie hier wieder ein bisschen. So. Wieder schön ausgeglichen. Die haben es nicht gemerkt, hoffe ich. Nein, da ist es krank. Ah, Mist, sie haben es gemerkt. Ja, okay. Sind die das? Die sind es. Dann machen wir den mal auf 11%. Gut, da ist ein Haus leer stehend. Zack. Weg damit. Wollen wir gar nicht lang fackeln. Zack. Da bauen wir nochmal Wasser hin. Hier müsste eigentlich genug Wasser sein. Wieso jetzt hier nicht so schnell gebaut wird, ja, müssen die wissen. Strom ist sehr weit im grünen Bereich. Wasser ist im grünen Bereich. Oh. Oberschule. Okay. Ähm. Bam. Die Oberschule kostet uns nämlich 24.000. Boah. Wird schon besser. Wird schon besser. Oh Gott. Universität sieht ganz mau aus. Gut, also wir können doch theoretisch... Nein. Wir können natürlich nichts aufnehmen. Wir müssen nur warten, bis wir 17.000 haben, damit wir das wieder zurückzahlen können. Ich reiß nur immer alles ab, was leer stehend ist. Oh. So, jetzt ist natürlich der Strom unterbrochen. So geht's natürlich auch. Jetzt nehmen wir die Straße. Und fügen sie hier dran. Das müsste eigentlich... Na Mist, jetzt muss ich hier noch dran fügen. Ah, verdammt. Ja, gut. Jetzt ist wieder kein Strom da. Das ist jetzt natürlich jetzt doof wieder. Okay. Obwohl. Ich könnte mir das eigentlich sparen. Na komm, geh ab. So. Ich mach's einfach hier dran, weil das ist ja eh alles miteinander verbunden. Das heißt... Das eine können wir uns sparen. Und wie sieht's mit dem Müll aus? Ja, ganz gut. Bildung, oder... Das ist halt natürlich so ein Ding, ne? Busse fahren überhaupt nicht. 30.000. 15.000. Ah, U-Bahn-Station. Da ist wieder was verlassen. Da ist wieder was verlassen. Es wird im Moment nichts gebraucht. Ja gut, vielleicht Wohngebiete. Aber ich kann hier ja keine Wohngebiete reinmachen. Das ist ja eher schlecht als... Recht. Gut, hier ist überall Wasser. Also... So ziemlich zumindest. Na? So, hier und... Hier. Das Stück hier wieder weg. So, dann machen wir doch mal... Hier fett große Hochhäuser hin. Müsste ja eigentlich gehen. Müsste ja eigentlich auch gut aussehen, oder? Also... Ich weiß nicht so genau. Aber eigentlich... Dürfte dem nichts entgegensprechen. So, das mache ich auch nochmal mit... Zack. So. Die sind jetzt alle dafür zuständig, für die... Kraftwerke da unten genug Sprit zu besorgen. Was ist da los? Reduziert der Betrieb. Normalbetrieb. Ist im grünen Bereich. So. Gut, aber ganz knapp. Ja. Okay, das lasse ich mal so. Da staut sich schon ziemlich. Hier geht's so. Arztpraxis. Krankenhaus. 65.000. Boah. So. Nehmen wir nochmal 20.000. Das können wir uns nie im Leben leisten, ey. Krankenhaus ist viel zu teuer. Obwohl. Hier so hin vielleicht. Hier so hin vielleicht. Ne, also Friedhof haben wir... Genug. 24.000. Perfekt. zack, direkste Schule. Und im gelben Bereich. Passt doch. So, jetzt gehen wir mal auf Budget. Jetzt sind wir im grünen Bereich. Verbindung. Und nehmen immer noch 5.000 ein. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt reißen wir mal alles ab, wo keiner mehr drin ist. Ich glaube, das bildet sich ja nach, ne? Yes. Ich weiß gar nicht, warum wir ausziehen. Also, wir gehen noch ständig Bürger plus. Ein Moment mal. Wir bräuchten vielleicht mal ein paar Gartenanlagen. Hier. 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 Da. Hier. Und da von mir aus. Und vielleicht noch einen hier. Sind die vom Strom abgeschnitten? Ah. Jetzt müsste es normal wieder gehen. Na? Wasserkraftwerk. Wir bräuchten dafür, aber... Aber erstmal... Ja. Erstmal noch das Stück Karte hier hinten. Nee, bringt nichts. Das könnte uns ja... Ja, ich bin zu schlau. Erstmal bräuchten wir das Stück hier. Damit wir hier einen Stauraum reinmachen können. Oder hier. Direkt nach der Brücke. Verstehst du? Ja. Ja.